War da eigentlich noch einer? Nein, da war nur einer. Ich hab nur einen gesehen, aber der Hubschrauber... Der Hubschrauber fliegt da rum, Digga, das macht mich ein bisschen nervös. Ich kann versuchen den Piloten auszusnipen. Der Hubschrauber umzingelt uns, sag ich schon. Der Hubschrauber um... Fliegt um uns da rum. Ich hab ihn! Ich hab den Piloten! Noritz, du bist geil. Oh! Ich hab zwei! Ich hab das ganze Team! Ich hab das ganze Team! Ich hab ihn genommen! Ich bin das Kind von Linus, Zeck und Mark Zuckerberg. Ich bin dein illegaler Sohn! Die waren also deine homosexuellen Freunde oder was? Geil, Männer! Aber scheißegal! Ja, die scoren den Männer-Tent. War das immer gelaget oder haben sie neu gelegt? Ah, was? Was? Oh mein Gott! Nein, nein, nein! Das hat wirklich gelaget! Das hat wirklich gelaget! Der Moritz, du lagst! So die bestes Wähler! Digga, haltet eure Fressen! Ich nehm das auf! Und ich zeig's euch! Das war ja... Komm mal auf den! Oh mein Gott, wer heckt der grad fortgelegt! Ich hab's schon hinter mir! 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 Ich versteck mich einfach! Ich sterbe gleich! Ich bin grad! Ich bin voll! Moritz! Huch! Ich hab's geschafft! Ich bin voll! Moritz! Ich hab's geschafft, Tim! Kauf mich, Moritz! Ich versuch's! Moritz, wir sind da grad zerreckt! Von hier ist er hin! Keine Ahnung, Alter, ich... Scheiße, ich bin... Ja, ich brauche Hilfe. Oh mein Gott, das ist jetzt auch noch das, Alter. Oh, scheiße, die schießen nämlich. Scheiße. Okay, noch zwei Minuten muss ich überleben, Tim. Noch zwei Minuten muss ich überleben. Feier Sale, Digga. Wie viel Geld braucht man denn? Feier Arsch. Für Feier Sale. Weiß ich nicht. Kann ich vielleicht kaufen. Digga, es ist kostenlos. Was? Ist alles kostenlos. Was ist kostenlos? Wenn man Feier Sale hat, dann kann man Leute zurückkaufen, umsonst... Das ist ein Slaughterjob. Nee, 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 ist egal. Komm, wir gehen mit dem Fahrzeug einfach weg. Die kommt, nein, die kommt, sind die da. Scheiße. Das war knapp, das war... Ich war weg. Ich war weg. Scheiße, egal. Ich wollte gerade auf euch warten, aber ihr wollt, ihr habt einen Drecksloader-Drop, also deswegen wurde ich gerade angeschossen. Wegen euch. Jetzt steigt ein und keine Ausreden. Hä? Was? Digga, da ist hier so eine Mutter, Digga. Ihr seid einfach ohne mich weg. Vielen Dank, vielen Dank. Ich merke es mir. Digga, Moritz. Digga, Moritz, es gibt so Fennec. Ich hatte ein Hard-B-Altif. Danke, Moritz, es schloss. Ja, Digga, das war wegen dir, du und dein scheiß Loader-Drop, weil du hast darauf verstanden, dass wir einen Loader-Drop kommen, weil, nur weil das alles Witz, äh, kostenlos war. Wer hat das gesagt? Doch, wer hat denn gesagt, wir müssen Loader-Drop kommen? Digga. Ich habe ernsthaft nichts gesagt. Doch. Nee, du bist... Digga. Ja, das habe ich gesagt. Aber nicht so einen Loader-Drop oder so. Das, da hast du auch noch gesagt, du hast dich entschieden, hier hinzufahren, deswegen sind wir gestorben, hast du auch zu... Ja, genau. Danke. Dann hast du auch noch gesagt, du hast mich im Stich gelassen. Deswegen wollte ich euch diesmal nicht im Stich gelassen, indem ich euch einfach einsteigen lasse. Aber ihr wollt nicht einsteigen. Ihr steht einfach still wie ein Stein, Alter. Ihr kommt nicht mal rein. Ich war auf dem fucking Fallschirm und wollte gerade runter. Ihr steht da so still wie ein Stein. Ihr steht so wie ein Stein. Ich warte da mit meinem Fahrzeug und versuche einfach wechselfahren. Nichts, man. Die Spasten, die drei Spasten hinter mir, die haben schon einen Fernkampfwaffen, Alter. Die versuchen die ganze Zeit auf mich zu schießen. Ich warte auf euch. Ich will, dass ihr einfach nur einsteigt. Der Typ fällt da mit einem Fallschirm. Mit einem Fallschirm. Ich sage einfach, ich loader, wir können auch... Wenn es alles gerade ist, holt ihr auch einen Loader-Drop. Du hast gesagt, nein, das ist jetzt egal. Und ich so, okay. Dann sind wir weggeflogen. Dann fährst du wie so eine Skizophrenic Maniac. Digga, dann steige ich schnell ein. Du fährst ohne Nico weiter, Digga. Dann drehst du wieder um zu Nico. Und dann werden wir gehen. Wir wollen Nico so lange brauchen zum Landen, Alter. Der kommt mit seinem Fallschirm so zwei Stunden entfernt. Du fährst nicht. Du fährst nicht. Du fährst draußen. Ich spiel mein Handy. Ja, Handy spiel, Alter. Ja, wo bist denn du? Nee, du bist... Oh! Oh!